So, ich soll euch dann nochmal für das Video beenden, ich finde mein Ekstra ist nicht so schlimm. Ich zeige gerade diese Stunde wieder zu, hier in die Gegend vorbei, also eine andere Strecke halt. Da ist das Ekstra Video. Jetzt kommt noch die nächste S-Bahn. Ah, der fährt gerade dieser Schweiz zurück, dann kann ich den noch filmen, der fährt gerade jetzt. Das ist gerade nämlich, warte, der kommt gleich. Da ist der schöne Schweiz Zug, der fährt Richtung Zürich. Interessanter Zug. Das ist echt voll windig, ich habe schon gemerkt. Ah, die See kommt auch noch in Dresdorf. Ich versuche das. Dresdorf Geltenden Verordnungen und Gesetze zur Abstands- und Waffenpflicht, bitte nutzen Sie die gesamte Zukunft. A bis C, Abfahrt 12.57 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. So, jetzt wird der Region neu, aber fällt gerade ein bisschen raus, aber in eine andere Richtung. Interessant. So, dass man die S-Bahn nicht so schlimm den Weg versperrt, die Sichtversperren nicht so. Es ist halt nicht so schlimm, aber ja, dass man schon mal dacht. Okay, dann tschüss Leute. Also hier, eigentlich ist es auch nicht, dass du ...